Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. So, Dying Light, jetzt war ich gerade irgendwie brainlag. Ja, hoppala. Wir wollen für die Dahlia, die Hexe von Haran, die Pilzquest machen. Und da sollen wir jetzt nachts in irgendeiner Höhle Pilze suchen. Aua. So, und dazu muss es natürlich erstmal Nacht werden. Das heißt, wir werden jetzt hier... Hoppala. Äh, wir werden jetzt hier... Ach, da drüben ist ja... In der Sicherheitszone erstmal über Nacht, ne? Naja, übernachten eigentlich nicht, über Tagen sozusagen. Na. Hallo. So, da ist sie. Hier. Da unten war's Bett. Okay. Okay. So, die Frage ist, welche Höhe das jetzt ist. Wie komme ich jetzt da hin? Vielleicht hätte man tagsüber erstmal scouten sollen, wo die... Höhle ist... Höhle ist hier an. Hier wird das anfangen bestimmt. So, ich glaube, ich werde mal vorsichtshalber Fackeln ausrüsten. Vielleicht statt das hier. Sogar eine Kiste. Was ist hier. Gut. Gut es ist. Okay. Dann können wir erstmal nachladen. Okay, wo sind sie, die Böller? Äh, die Pilze. Wo kommst du her? Boah, die Musik dazu eh. Hier haben wir Pilze. Gibt da irgendwas? Draußen ist ein Schattenjäger. Während der da draußen ist, ist mir das nur recht. Ah, hier. So, mal das Schloss knacken. Zack. Und Kaffee, immerhin. Und hier, Zigaretten und Schnur. Kaffee und ein Kippchen. Warum euch nicht? Hier ist noch Pilze. Boah. Wolle, die Waldfeder war knapp. Der hat mich fast im Schützkasten gehabt. So, Pilze. Hier auch noch. Schon sechs Pilze. Sehr schön. Sieben. Acht. drüben. Aber irgendwie hab ich den Eindruck, dass ich dort nie so weiter hinkomme, oder? Doch. So, die Pilze hab ich jetzt. So. So, die Pilze hab ich jetzt ja. Haben wir ja schon irgendwie gesehen. Na? So. Äh, wo ist das? Das ist ganz schön weit weg. Das mach ich nie nachts. Okay. Oh, das Paket ist weg. Na gut. Was soll's. Dann gehen wir eben einfach zur Hexe zurück und geben ihr die Pilze und hoffen, dass wir dann den Pilz dran kriegen. Und da lassen wir uns mal überraschen, was der so macht. So, hier mal ganz kurz. Bisschen Geld gluten oder so. Wupp. Hä, wo bist denn du? Ach hier. Kochst das Süppchen. Dieser Trunk wird dich vor den Untoten verbergen. Aber nur für kurze Zeit. Es kann auch passieren, dass er deine Sinne trübt. Ich kann stärkere Tränke brauen. Aber dafür brauche ich wirksamere Zutaten. Deren Beschaffung ist riskant. Du bist nun bereit, mir zu dienen. Was willst du? Von dir? Überhaupt nichts. Ich werde dich nie um etwas bitten. Du wirst tun, wonach dir der Sinn steht. Ein Mann mit einem freien Willen. Doch in Wirklichkeit wirst du dabei stets nach meinem Willen handeln. So wie jetzt. In diesem Moment. Ich rufe dich, wenn die Zeit reif ist. Geh. Genieße deine Illusion freien Willens. Du kannst gehen. Aber wir werden uns wiedersehen. Okay. Überlebender wurde getötet. Habe ich etwas verpasst? Na gut. Aber was haben wir jetzt drauf? Wir haben noch Gescheinwerfer. Ich glaube, die machen wir jetzt mal als nächstes. Auch wieder eine Nachts-Quest. Müssen wir auch erstmal hinkommen. Na? Da ist passenderweise auch gleich eine Sicherheitszone dabei. Okay. Du spuckst nie dein giftiges Gebräu. Auf mich. Okay. Schon wieder ein Flugzeug? Dort ist es. Dort haben sie irgendwas abgeladen. Ihr seht, ich lasse mich ziemlich leicht ablenken von solchen Sachen. Aber ich meine, das muss ja auch sein. kein Problem. Oh, ah, Mist. Na los. Wo ist das? Oh, da oben drauf. Zul篇weise haben wir eine Ruf haben. Nein, das ist gar nicht gut. Sehr schön. Wow. So. Weiter geht's. Hehehe. Dropkick. For the win. Okay. Come. Energie. Weiter. Da. Ach so, der ist bloß was zu bekommen. Na gut. Wollen wir mal kurz auf die Karte gucken. Ich überlege gerade, mir geht glaube ich falsch. Ich überlege gerade, mir geht glaube ich falsch. Oh. Ich habe keine Mollis mehr. Entwürfe. Mal kurz ein paar Mollis herstellen. Aufputschmittel, Molotovs. So. Ja. Neue Kraftstufe. Aufputschmittel. Wollen wir mal. leren. Hehehe. Was? Was er denn? Ah. Sauber. Neue Kraftstufe haben wir gekriegt. Da können wir gleich mal gucken, was wir da nehmen können. Eliminieren. Schleichen Sie sich einen Gegner an und töten Sie sie lautlos. Mhm. Panzer Hau 3. Wenn Sie fitter werden, können Sie noch mehr Schaden absorbieren. Okay. Wir sind jetzt... Ah, Stufe 24 brauchen wir. Okay, okay, okay. Derwisch. Panzer Hau 3 oder eliminieren? Ah, ich wollte ja mal was probieren. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal das Tornen. So, Schlusssitzer. Na gut, ich könnte jetzt noch looten, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, ich wollte ja... ...hier in den Tunnel rein. Vorher mache ich ja mal was ganz anderes. Und zwar kaufe ich mal Munition. Na? Okay. Und holen wir das Paket, was da gerade runterkommt. So. So. Na, guck mal raus. Oh, mein Gott, mein Gott. Ich hatte den Best einer von denen. Sie fielen hier urplötzlich ein. Und ich, Herr Schank... Aua. So. Haben wir wieder in Überlebenden geholfen. Macht sich ganz gut im Karma. Und hier sind schon die ersten Soldaten. Und tschüss. Okay. Auf jeden Fall haben die ja nie dabei sich, ne? So, ich habe gerade mit meinem scharfen Blick auf die Karte gesehen, wenn ich jetzt hier die nächste Kreuz für rechts gehe, bin ich genau dort, wo es in den Tunnel geht. Aua. So. Nee. Will ich nicht. Macht aber nichts. Nur eh eine Querstraße davon. Da oben. Da geht es in den Tunnel. Und vermutlich sind die Dinger schon freigeräumt. Denn wenn nein, weiß ich gar nicht. Irgendwie muss man die ja sprengen können jetzt. What? Aua. Burn, baby, burn. Burn, 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 burn. Aua. Ich habe mich wieder erschrocken. Kannst du? Geht es ja hinten durch? Hier ist der Turm. Denkt daran. Wenn ihr es nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Oh, das ist blöd. Kann ich jetzt mit Dynamit das Ding sprengen? Hä? Okay. Ich dachte, man konnte das jetzt irgendwie sprengen. Vielleicht kann man das bestimmt auch, aber nicht einfach so mit Dynamit. Können wir hier irgendwas suchen, hier irgendwie weitergehen? Wow, geil. Da ist sie, die Brücke der Schande. Au. Ich sehe gerade, der Häls ist nicht gut. Ach. Ist das simpel genug? Ja, aber du kannst den Sprechknopf loslassen. Wer hat dir überhaupt erlaubt, mein Funkgerät zu benutzen? Derjenige, der dir erlaubt hat, mein Sandwich zu essen. Du solltest nur zwei gekochen. Oh, fuck. Bereit in der Selbstverschmacht, du Wikipedia-Gerleiter. Bier geht's ab. Ich werde noch mal ein bisschen herstellen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja übelstes. Ein Paradies für Molotow-Werfer. Aua. Der spuckt nicht schon wieder auf mich. Na gut. Das ist ja geil. Hier spricht Arjo. Es wird dunkel, Leute. Sucht euch ein Versteck für die Nacht und verhaltet euch ruhig. Bis morgen früh. Hä? So, was jetzt? Über mir muss es irgendwo sein. Die Tür vielleicht? Nee. Scheiße. Okay. Da drüben vielleicht. Können wir da hochklettern? Ja. Ah, ein guter Assassin's Creed Manier hier um die Ecke ist. Kriechen. Da kriegt man schon Schreck, muss ich mal sagen. So, jetzt. Irgendwie bin ich gerade nie rumgekommen. Okay, hier ist nichts. Da ist ein Seil. Machen wir das mal. Ja. Herrlich, wie der hier liegt. So, jetzt kommen wir hier. Kann man das... Nee, kann man hier aufschießen. Das Rohr vielleicht. Ich sehe gerade, mein Countdown ist abgelaufen. Au. Shit. Ich habe vergessen, die Glehrtaste gedrückt zu halten. Scheiße. Und ich habe gerade vergessen, mich zu heilen. Ich weiß gar nicht, ob das auch am Rohr geht. Probier ich gleich mal aus. Nee. Okay. So. Hier geht es auch nie weiter. Worum auch. Aber hier. Achso, ich wollte eine Pause machen. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar, vielen Dank fürs Zuschauen. Während der hier noch ein bisschen rumstöhnt. Für mich sinnlose Weise. Ja. Wir machen hier an der Stelle morgen weiter. Nicht morgen, sondern in zwei Tagen. Ja. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wer Never Alone bei mir gesehen hat auf dem Kanal, der weiß, da haben wir die Kapuze der Schande gehabt. Hier haben wir die Brücke der Schande. Das ist jetzt die große Brücke, die letztendlich aus Haran rausführt. Und, ähm, ja, die haben sie ja gesprengt. Aber irgendwie haben sie ja noch dort diese Lampen drauf, die wir holen sollen. Und das machen wir in der nächsten Folge weiter, ne? Äh, jetzt wird's Heikel natürlich. Spindelerhörige Höhe. Zombies. Nacht. Da kommt alles zusammen. Bis dahin. Tschüss. TIFF2 Untertitelung des ZDF, 2020